Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop Tutorial hier auf meinem Kanal Pekoboltern. Heute in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach und schnell eurem Bild einen komplett anderen Look verpassen könnt. Und das Ganze über Verlaufseinstellungsebenen. Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit wäre so ein Look oder auch ein komplett anderer Look, wie zum Beispiel so einer oder so einer. Ihr seht schon, ihr habt da wirklich sehr viel Auswahl und eine sehr große Vielfalt, was ihr mit solchen Einstellungsebenen machen könnt, mit solchen Verläufen. Und deshalb habe ich mir gedacht, zeige ich euch das einfach mal. Und wir beginnen einfach mal mit dem Ausgangsbild, was ihr hier so vorliegen habt und beginnen auch gleich mit dem Verlauf. Den könnte man jetzt natürlich über das Verlaufswerkzeug einfach ziehen, aber wir machen das über eine andere Möglichkeit, über eine andere Methode und zwar über die Einstellungsebene. Dazu klicken wir auf den Button, wählen Verlauf aus. Der Grund ist ganz einfach der, dass wir diesen Verlauf jederzeit später verändern können. Wir kriegen also immer wieder dieses Fenster und können den Verlauf nachträglich bearbeiten und müssen ihn nicht neu ziehen. Das wäre, finde ich, ein bisschen angenehmer, das so zu machen. Ja, hier können wir dann schon direkt den Verlauf auswählen. Kleiner Tipp, packt euch einfach mal ein paar Verläufe über dieses Zahnrad. Ja, ladet euch die dazu. Hier habt ihr ein paar Verlaufspaletten, wie ihr hier seht. Und dann könnt ihr die euch reinladen, die werden dann unten angehangen. Und da habt ihr hier eine große Auswahl an Verläufen. Und ich finde diese Pastellfarbenverläufe ganz cool. Ich wähle jetzt einfach mal den Braun aus, um euch das Ganze zu zeigen. Grundsätzlich ist natürlich die Farbe oder der Farbton dieses Verlaufs natürlich auch schon ein bisschen ausschlaggebend dafür, in welche Richtung euer Look dann hinterher geht. Also ist es eher ein Look, der dem Bild eine hellere Stimmung verleiht oder eine dunklere Stimmung und so weiter. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, ich wähle jetzt mal diesen beigen, helleren, braunen Verlauf aus. Lasst das im Grunde alles so. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu skalieren. Das heißt, wie weich dieser Übergang sein soll. Aber wie gerade schon erwähnt, habt ihr die Möglichkeit, da wir hier eine Einstellungsebene verwenden, das Ganze jederzeit zu bearbeiten. So, und dieser eigentliche Effekt des Looks wird jetzt dadurch erzeugt, dass wir den Ebenenstil dieser Ebene, dieser Einstellungsebene, variieren bzw. einfach verändern. Dazu klicke ich ja zweimal so rein, bis dieses Fenster hier so blau umrahmt ist. Und kann jetzt mit dem Mausrad einfach mal so durchscrollen, um zu gucken, was für einen Effekt hat jetzt dieser Verlauf auf mein Bild. Und ihr seht schon, jeder, jede Einstellung bzw. jeder Ebenenmodus hat quasi einen eigenen Effekt, bringt einen eigenen Effekt mit. Mehr oder weniger, ja, nützlich, sage ich jetzt mal, brauchbar. Und dieser Effekt mit dem Ebenenmodus ineinander kopieren gefällt mir persönlich sehr gut. Das ist nämlich quasi so ein, ja, das bringt dem Ganzen eine gewisse Wärme ins Bild, lässt das Bild ein bisschen goldener strahlen, will ich fast sagen. Deckkraft würde ich jetzt hier ein bisschen runtersetzen, damit das Ganze nicht zu krass ist. Aber ihr seht hoffentlich, was ich meine. Nochmal zum Vergleich, das war das Ausgangsbild. Und nur mit dieser Verlaufseinstellungsebene haben wir dem Ganzen einen komplett anderen Look verliehen. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel, indem wir hier den Verlauf mal verändern und zum Beispiel mal so einen bunten Verlauf hier auswählen. Und die Art auf Radial stellen, dann mal umkehren, ein bisschen hoch skalieren. Also ihr könnt da wirklich mit rumspielen, ihr müsst gucken, was gefällt euch. Und wie ihr seht, das ist jetzt schon mal wieder ein komplett anderer Look. Und wenn ich jetzt die, ja, den Ebenenmodus dieser Ebene wieder ein bisschen verändere, zum Beispiel in diesen hier, in dividieren, dann seht ihr, bekommen wir einen wirklich wieder komplett anderen Look in das Bild. Hier nochmal Vergleich, vorher ohne Verlaufslook. Und da können wir jetzt die Deckkraft noch ein bisschen weiter reduzieren. Dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bringt ein bisschen mehr Farbe ins Spiel. Das ist im Grunde, ja, die Art und Weise, wie man über diese Verläufe halt einen bestimmten Look erzielen kann. Ich zeige euch noch ein paar weitere Dinge, die dabei ganz hilfreich sein können. Ihr könnt ja über weitere Einstellungsebenen diesen Look weiter verfeinern. Zum Beispiel habt ihr die Möglichkeit über Farbton-Sättigung. Den Farbton dieses Verlaufs komplett zu verändern. Dazu klickt ihr zunächst hier auf die Schnittmaske, beziehungsweise erzeugt eine Schnittmaske, indem ihr auf diesen Button hier klickt. Das bedeutet, die Einstellungsebene bezieht sich jetzt nur auf die darunter liegende Verlaufsebene und nicht nur noch auf das gesamte Bild. Und hierüber könnt ihr jetzt zum Beispiel den kompletten Farbton des Verlaufs verändern. Ich verändere den Verlauf noch einmal ganz kurz zurück. So, und jetzt können wir zum Beispiel in dieser Farbton-Sättigungsebene den Farbton hier nach ins Blaue ziehen, die Sättigung ein bisschen erhöhen und die Helligkeit ein bisschen runterdrehen. Und schon haben wir aus unserem ursprünglich warmen Bild, was wir ja zu Beginn hatten, ein etwas dunkleres, kälteres Bild gemacht. Und das ist schon wieder ein komplett anderer Look, den wir unserem Bild geben. Und eine weitere Möglichkeit ist jetzt noch eine Vignette zu erzeugen. Auch das geht über den Verlauf. Und zwar wählen wir hier wieder Verlauf aus als Einstellungsebene. Wählen als Verlauf schwarz zu weiß aus. Kehren den um, damit wir weiß zu schwarz haben. Und skalieren den noch, achso, wählen natürlich als Art Radial und skalieren den ein bisschen hoch. Zum Beispiel so in diese Gegend. Könnt ihr, wie gesagt, nach eurem Geschmack machen. Und wählt dann als Ebenenmodus einfach multiplizieren. Und schon haben wir so eine Vignette, da können wir natürlich die Deckkraft auch noch ein bisschen anpassen, die dem Ganzen etwas, ja, Mystisches, noch etwas Dunkleres verleiht. Und das ist, finde ich, auch ein sehr starker Effekt. Also nochmal zum Vergleich, das war das Ausgangsbild. Mit einer Verlaufsfüllung, mit diesem beigen Verlauf haben wir dem Ganzen etwas Warmes verliehen. Wie gesagt, ihr habt ja gerade auch diesen farbigen Verlauf gesehen mit Blau, Rot, Gelb. Dann kann man aber auch ganz einfach einen dunkleren, beziehungsweise einen kälteren Look erzeugen. Oder auch mit so einer Vignette einen entsprechend düsteren Look. Ihr habt ja auch schon gerade eben die anderen Looks gesehen zu Beginn des Videos, die ihr damit erzeugen könnt. Und ich versuche den ganz kurz nochmal zu rekonstruieren. Ich glaube, ich hatte irgendwie einen solchen Look, genau. Könntet ihr jetzt auch halt einfach ein bisschen, naja, umkehren, genau. Ein bisschen dran drehen. Und dieser Look würde meinem Bild jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Kontrast verleihen, finde ich. Und ist auch ein sehr, sehr cooler Look, wie ich finde. Zum Vergleich, vorher, nachher. Und ihr seht diese krassen Unterschiede. Und wie ihr wahrscheinlich jetzt auch schon bemerkt habt, habt ihr da wirklich eine extrem große Vielfalt drin, in der Anzahl an Looks, die ihr damit erzeugen könnt. Ich hoffe, die Art und Weise, wie ihr diese Looks erzeugen könnt, ist klar geworden. Einfach über diese Verlaufsfüllung. Und ihr seht, ihr habt damit wirklich, ja, unzählige Möglichkeiten, eurem Bild einen komplett anderen Look zu verleihen. Und ja, das war es im Grunde schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben. Oder lasst vielleicht auch ein Abo da, wenn ihr weitere Photoshop-Tutorials und auch Technik-Reviews hier auf meinem Kanal sehen wollt. Die vollständige PSD-Datei mit allen Looks gibt es auch nochmal als Download auf meiner Homepage pegelbolton.de. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.